Wir müssen den jungen Menschen wieder vermitteln, dass wir das Handwerk stärken müssen, weil wir alle davon leben, auch die jungen Menschen künftig. Wir haben sehr viel gelernt über die verschiedenen Berufe, haben auch Flyer bekommen, wo alle Berufe aufgelistet wurden, die heute vorgestellt werden. Super war, dass die Gemeinschaft voll Flamme für das Projekt war, sei es die Schule, sei es die Handwerksbetriebe, sei es die Banken, sei es die Stadtwerke. Das Handwerk in Rastatt gehört zur Tradition dieser Stadt. Die Schüler, die waren motiviert, die sind ständig hingerannt, sind noch länger geblieben, als sie mussten. Ich glaube, das spricht für die Show, das spricht für das Event. Es war echt ein erfolgreicher Tag, kann man heute sagen.